Ho ho ho, again meine Lieben. Ja, willkommen zu meinem Patchnote Video zur Version 6.8.3. Ich bin hier gerade in meinem Yieldon Account, allerdings bin ich da so gut drin geblieben, weil ich vorher noch mein Yieldon Video fertig gemacht habe. Wen das interessiert, kann es sich gerne angucken. In diesem Video werde ich gar nicht auf meinen Account eingehen. Es geht lediglich um die Patchnotes von dem aktuellen Patch 6.8.3. So, da steige ich auch mal direkt ein. Wenn ihr hier unten klickt, wenn ihr mal im Auszeuger verbracht habt, hier unten einmal klickt, seht ihr die ganzen Bugfixes, Polishing, Features, die Version 6 insgesamt eingebracht hat. Ich finde, es sind sehr, sehr viele nützliche Sachen dabei. Ob auch das Aktuelle nützlich ist, da können wir, ja, da kann ich zumindest gleich mal meine Meinung kundtun. Ach, meine Güte, heute ist nicht mehr viel los mit mir. Und ich bitte euch nachher auch im Anschluss in den Kommentaren eure Meinung dazu zu sagen, weil mich interessiert, was ihr dazu denkt, wie ihr damit umgeht. Es ist ein schwieriges Thema. Ganz kurz noch als kleiner Hinweis. Wir haben jetzt morgen Weihnachten, beziehungsweise gleich Weihnachten und nicht mal mehr zwei Stunden. Da gibt es jetzt die Aktion, dass man dunkle Materie wieder aus Trümmerfeldern klauen kann und das für eine ganze Woche. Und es gibt noch die Aktion jetzt für den 24 und 25. das Im- und Export-Event. So, dieses Jahr gibt es irgendwie keine Möglichkeit, dunkle Materie zu kaufen für 50% mehr. Also es gab, wenn ich mich gar nicht irre, in den letzten Jahren die Möglichkeit, an Weihnachten 50% mehr dunkle Materie zu kaufen, wenn man dann Geld investiert hat. Das sehe ich irgendwie dieses Jahr nicht. Ich kann auch einmal refreshen. Keine Ahnung, vielleicht gibt es das dieses Jahr auch nicht. Vielleicht muss man sich dieses Jahr selber die dunkle Materie zusammenfahmen. So, worum es mir allerdings geht, ist dieser Post, beziehungsweise diese Neuerung vom 13.12. Donnerstag von vor anderthalb Wochen ungefähr. Ich wollte das Video auch eher machen, allerdings war ich jetzt über eine Woche auf Seminar und hatte dadurch keine Möglichkeit, eher ein Video dazu zu machen. Das Feature, worum es in dem Patch geht, ist folgendes. Die Umsiedlungen können nun in den äußeren Bereichen des Sonnensystems, Position 1 bis 3 oder 13 bis 15, durchgeführt werden, wenn sich der Planet auf den Positionen 4 bis 12 befindet. Was heißt das? Wollte ich früher einen 15er Planeten haben, der eine annehmbare Größe für einen Miner hat, habe ich in der Regel so angefangen, dass ich einen großen 3er Planeten mir gesucht habe und dann mit dunkler Materie auf eine Position 15 umgesiedelt bin. Denn in Folge dessen hatte ich Planeten von, ja, ungefähr so 200 Feldern. Grundsätzlich akzeptabel, wenn ich Terraformer dazu rechne, auf Stufe 10 beispielsweise, bin ich jetzt bei 250 Feldern. Das sind mehr Felder, als ich in meinem Orion-Account durchschnittlich pro Planet verwendet habe, beziehungsweise verwende und damit grundsätzlich absolut ausreichend. Aber jetzt durch diese neue Änderung oder durch dieses Feature habe ich die Möglichkeit, beispielsweise einen sehr großen 8er oder 6er Planeten zu besiedeln und mit dem dann auf Position 15 umzusiedeln. Der Planet hat dann um die 350 Felder, wenn ich mich nicht irre. So, das hat, das macht natürlich einiges aus. So viel mehr Felder heißt für mich, ich muss mir nicht mehr so viele Gedanken machen, was ich auf dem Planeten baue. Sei es jetzt zum Beispiel die Solarkraftwerke, die ich konsequent abgerissen habe. Sei es die Speicher, gerade bei kleineren Planeten. Ich meine, wenn ich jetzt noch überlege, dass diese Zusatzfelder noch nicht immer da waren, haben manche 15er Planeten auch noch weniger Felder. Und da muss man wirklich sagen, da musste man sich mehr Gedanken zu machen, ob es sich lohnt umzusiedeln, bis man den richtigen Planeten hat und so weiter. Es war mit viel Mühe und auch mit viel dunkler Materie verbunden. Das darf man nicht vergessen. Jetzt stellt sich mir einfach die Frage, warum? Warum wurde das gemacht? Es ist eine schwierige Thematik. Man kann das aus verschiedenen Punkten beleuchten. Man kann sagen, gut, Gameforge wollte den Allgame-Spielern die Möglichkeit bieten, sich nun extra große Planeten auf 15er Positionen mit dunkler Materie zu erkaufen. Ist für mich ein bisschen die Frage, was macht das mit den Spielern, die das bereits getan haben? Also wenn ich mir überlege, ich kaufe jetzt, ich will jetzt 15 Planeten, oder sagen wir mal 13 Planeten wollen wir umsiedeln. Was kostet das? Das kostet hier umsiedeln um 240.000. Wenn ich jetzt noch das Event mitnehme, dann kostet es mich ungefähr 30% weniger. Gehen wir mal also von grob 160.000 aus. Das sind bei 13 Planeten etwas mehr als 2 Millionen dunkle Materie. Die machen also 2,5 Millionen dunkle Materie, die das kosten würde. Was in Echtgeld ungefähr fast 100 Euro sind. Muss man sich natürlich Gedanken zu machen, dass man inzwischen sogar 200 Euro kaufen kann. Puh, hab ich. Naja, egal. Ja, muss man sich natürlich Gedanken zu machen. Das sind 100 Euro, wenn jetzt nicht gerade jemand die Möglichkeit hatte, sehr viel dunkle Materie durch andere Spieler zu bekommen. Durch das, durch dieses Buddy-System hat derjenige dann 100 Euro in dieses Spiel investiert. Nur, oder ja, was heißt nur, also im Endeffekt nur, um seine Planeten umzusiedeln. So, wenn wir davon ausgehen, dass im Zweifelsfall noch mal was neu positioniert wurde, sind es gut 100 Euro. Ja, wie gesagt, was macht das jetzt mit dieser Person? Das ist auch die Frage, die ich mir jetzt einfach stelle. Freuen sich da jetzt die Großzahl der Spieler drüber so, hey, endlich haben wir die Möglichkeit, unsere ganzen super warmen Planeten auf 15 umzusiedeln? Oder sind sie eher frustriert? Also, hätte ich das Geld investiert und hätte jetzt läppische 200 Felder 15er-Planeten nur, anstatt 350er, ich muss sagen, ich wäre angefressen. Und wie gesagt, wo ist der Grundgedanke bei Gameforge? Wollten die damit den Leuten einen Gefallen tun? Kommt inzwischen zu wenig Geld rein? Und man hat sich gedacht so, hey, machen wir die 15er-Planeten richtig interessant? Ich meine, dadurch geht ja auch sehr viel von dieser Umsiedlungsaktion verloren. Und ich muss ja gar nicht die, sagen wir mal, 50 bis 100 Dreier-Planeten mehr besiedeln, sondern es reicht. Ich muss ja nur einen, Vierer oder Fünfer oder Sechser oder Achter, ne? Die sind ja alle sehr groß. Ich muss ja nur einen davon besiedeln. Wenn ich dann meine 300-Plus-Felder habe, ist es sowieso Jacke. Dann kann ich da drauf bauen, was ich will. Auch mit 300 Millionen Punkten werdet ihr das Ding nicht vollkriegen. Da kann ich euch Brief und Siegel... Ja gut, man kann immer irgendwie die Dinger vollkriegen, aber wenn man die Planeten intelligent befüllt, wird man sie im Leben nicht vollkriegen. Und das ist, muss ich sagen, doch, obwohl es mich nicht direkt betrifft, ist das für mich ein Ärgernis. Also ich weiß nicht, es ist vielleicht auch nur ein Gefühl. Ich muss sagen, es wirkt wie ein, ja, wie eine kapitalistisch orientierte Entscheidung und nicht wie eine Entscheidung, die für den Spieler entstanden ist. Ich weiß nicht, deswegen, ich wollte jetzt auch gar nicht ein ellenlanges Video bezüglich meiner Gedanken machen. Ich wollte einfach nur mal kurz ansprechen. Das ist jetzt möglich. Ja, yippie vielleicht für einige. Und was für mich einfach entscheidend ist, seid ihr betroffen? Also es sind sicher einige von euch dabei, die jetzt denken, ja geil, wäre das mal irgendwie eher gekommen? Oder ja, geil, hätte ich das mal, ne? Also mich würde interessieren, wie geht ihr mit damit um? Wie findet, wie ist eure Einstellung zu dieser Situation? Was denkt ihr über diese Entscheidung? Hat sie vielleicht irgendwelche Konsequenzen für euch? Oder für euer aktuelles Spiel? Habt ihr jetzt momentan vielleicht bisher nie so auf eure Planeten geachtet? Habt ihr jetzt Vierer bis Zwölfer da wild verteilt? Und denkt euch jetzt so, ja gut, vielleicht wäre es ja doch ganz attraktiv, das Angebot zu nutzen? Und die Planeten dann auf 15er umzusiedeln? Wie gesagt, für mich ist interessant, was sind eure Gedanken? Ihr habt jetzt ein bisschen von meinen schon gehört. Ich werde definitiv auf eure Kommentare antworten. Und werde auch meine Meinung da nochmal zu sagen. Aktuell habe ich, wie gesagt, gemischte Gefühle. Ich finde immer gut, wenn Änderungen kommen, wenn Dinge angepasst werden. Davon lebt O-Game. Das Leben per se ist so. Man kommt nur, also Stillstand ist tot. Man lebt nur durch Vorankommen. Und das ist auch wichtig bei Spielen. Allerdings, über Sinn und Unsinn, das ist so ein schwieriges Thema in dem Zusammenhang. Wenn man jetzt zum Beispiel auch an Silos zurückdenkt, die inzwischen mit den Speichern verbunden sind. Oder Allianzdepot, noch so ein Thema bezüglich Sinn und Unsinn. Naja, sagt mir eure Meinung. Schreibt fleißig in die Kommentare rein. Ich bin unglaublich gespannt, wirklich, was ihr da gleich reinschreiben werdet. Oder beziehungsweise, ja, was ihr reinschreiben werdet. Okay. Eine Stunde, 40 Minuten noch bis Weihnachten. Da die meisten von euch das Video wahrscheinlich erst nach Weihnachten sehen werden. Hoffe ich, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Alle anderen, die es vorher sehen, denen wünsche ich ganz, ganz frohe Weihnachten. Habt ganz viel Freude. Habt ganz viel Spaß. Seid mit euren Liebsten zusammen. Habt eine ganz, ganz tolle Zeit. Fresst gut. Fresst euch voll, so wie es geht. Und ja, darum geht es, glaube ich, beim Weihnachten. Viel Spaß und Essen. Das ist, glaube ich, der Sinn von Weihnachten. Ja, also, okay. Habt ganz viel Spaß. Wie gesagt, wenn ihr es nachher seht, das Video, ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Und wenn ihr das Video noch später seht, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Alles klar. Also, wie immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, Anregungen zum Kommentare schreiben habt ihr schon bekommen. Wenn es euch gefallen hat, schenkt mir ein Däumchen nach oben, wenn ihr mich unterstützen wollt. Schenkt mir ein Abo, beziehungsweise empfehlt mich weiter. Und ja, bis zum nächsten Video. Euer Jonitas. Euer Jonitas. Ich hoffe, es geht. Ich hoffe, es geht.